Wenn das jetzt, mein Gott, Ingrid, was haben wir gestern, wie war der Anfang? Einst haben die Kerls auf den Bäumen gehockt, beharrt und mit böser Visage. Dann hat man sie aus dem Urwald gelockt, hat die Welt asphaltiert und aufgestockt bis zur 30. Etage. Da hocken sie nun, den Flöhen entflohen, in klimabeheizten Räumen und es herrscht noch genau derselbe Ton wie seinerzeit auf den Bäumen. Das war's.